Das Thema Boeing 737 MAX haben wir auf diesem Kanal jetzt hier schon eine ganze Weile ruhen lassen. Die entsprechenden News-Seiten beherrscht das aber immer noch, was nach mittlerweile etwas mehr als neun Monaten nach dem Grounding schon auf der einen Seite natürlich sehr interessant ist, auf der anderen Seite schon fast ein bisschen erschreckend. Aber mittlerweile sind wieder so viele neue interessante Punkte zusammengekommen, dass das Ganze wieder etwas undurchsichtig wird. Und da räumen wir heute einfach mal wieder ein bisschen auf. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Fangen wir mal an mit einer Info, die ich nicht ganz unwichtig finde. Mittlerweile wurden tatsächlich schon etwas mehr als 380 Boeing 737 MAX von Boeing 4 produziert und dann direkt wieder abgestellt. Das bedeutet, dass wir jetzt etwas mehr als neun Monate nach Beginn des Groundings für die 737 MAX an dem Punkt angekommen sind, an dem ziemlich genau so viele 737 MAX von Boeing 4 produziert und direkt wieder abgestellt wurden, wie bis zum Zeitpunkt des Groundings bereits an Fluggesellschaften ausgeliefert waren. Insgesamt sprechen wir also mittlerweile über fast 800 Passagierflugzeuge, die wirklich fertig sind, die seit neun Monaten wohlgemerkt mit reduzierter Produktionsrate gebaut werden, die quasi betriebsbereit sind, aber bis heute nicht benutzt werden dürfen. Und das ist echt eine nicht zu unterschätzende Menge an Flugzeugen. Southwest Airlines beispielsweise betreibt zum aktuellen Zeitpunkt eine Flotte bestehend aus fast 750 Flugzeugen. Das ist ganz gut vergleichbar, weil diese Airline nur mit dem Flugzeugtypen 737 durch die Gegend fliegt. Was man da aber ganz schnell mal aus den Augen verliert, ist die Tatsache, dass Southwest Airlines zum aktuellen Zeitpunkt nach beförderten Passagieren die größte Fluggesellschaft der Welt ist. Oder anderes Beispiel, was hier ein bisschen mehr in der Nähe ist. Das Ryanair bzw. die Ryanair Holding mit all ihren Tochterfluggesellschaften, darunter Ryanair Malta, Ryanair aus Irland oder auch Lauda Motion mit den Airbus-Maschinen, die fliegen alle zusammen etwa 470 Flugzeuge und gehören ebenfalls zu den Top 5 der größten Fluggesellschaften der Welt nach Passagieranzahl. Und ich denke mal, das reicht, um zu verstehen, wie viele Flugzeuge da jetzt gerade am Boden stehen. Ist halt ungefähr einmal die größte Fluggesellschaft der Welt. Aber gut, bleiben wir mal kurz bei Ryanair, denn diese Fluggesellschaft ist so sehr vom 737 Max Grounding betroffen, wie fast keine andere Airline auf der Welt. Ich war mal so frei und habe einfach mal durchgezählt, wie viele Flugzeuge für die Iren mittlerweile in den letzten 9 Monaten durch Boeing produziert wurden und halt direkt wieder geparkt wurden. Das sind zum aktuellen Zeitpunkt 16 Maschinen. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, klar könnte mehr sein, aber man muss eben auch bedenken, die Produktion läuft seit 9 Monaten mit reduzierter Menge, mit einer reduzierten Anzahl an Flugzeugen pro Monat. Und 16 Flugzeuge sind auch nicht zu unterschätzen. Das sind 16 Flugzeuge, die für ein ursprünglich mal geplantes Wachstum fehlen. 16 Maschinen, die dafür sorgen, dass Flugzeuge, die eigentlich schon längst die Flotte der Ryanair hätten verlassen sollen, heute noch immer bei der Airline unterwegs sind. 16 Flugzeuge, für die man kein Personal benötigt, aber für die man sicherlich in diesem Jahr schon Tickets verkauft hatte. Mit anderen Worten, 16 Flugzeuge, auf die man eigentlich nicht hätte verzichten können. Und so geht es eben zahlreichen Fluggesellschaften. Einige davon sind halt etwas mehr betroffen, andere etwas weniger. Aber gut, Southwest Airlines. Bei denen geht es nochmal weiter, denn die haben letzte Woche nochmal was wirklich Interessantes veröffentlicht. Und zwar sind die sich wohl zum aktuellen Zeitpunkt schon recht einig über entsprechende Entschädigungszahlungen, die von Boeing an Southwest Airlines in Zukunft geleistet werden müssen. Einen genauen Betrag nannte man zwar noch nicht. Das ist auch unwahrscheinlich, dass der zum aktuellen Zeitpunkt schon feststeht, denn die ganze 737 Max Nummer läuft ja noch. Aber man kann davon ausgehen, dass Boeing an den aktuell größten 737 Max Betreiber sicherlich Entschädigungszahlungen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar zahlen wird. Southwest sagte allerdings auch, dass ein Großteil dieser Entschädigungszahlungen aller Voraussicht nach, so wie das aktuell geplant ist, in Form von Preissenkungen bzw. Rabatten für die aktuell laufenden Bestellungen bzw. für zukünftige Bestellungen erfolgen wird. Das ist auch ganz gut möglich, denn Southwest Airlines hat tatsächlich ganze 200 Boeing 737 Max bestellt, hat bis jetzt 31 Stück davon erhalten. Und der größte Anteil des Kaufpreises eines solchen Passagierflugzeuges wird eben erst bei Übernahme der Maschine bezahlt. Das heißt, es ist jetzt ganz gut möglich, dass Boeing einfach viele 737 Max an Southwest Airlines übergeben wird, ohne diese finale Überweisung zu erhalten. Laut Liste kostet so eine neue Boeing 737 Max 8 mal eben knapp 120 Millionen Dollar. Ist eine ganze Menge Geld. Southwest Airlines als treuer Boeing 737-Kunde zahlte aufgrund von Rabatten usw. Vielleicht nur noch die Hälfte, aber das sind jetzt auch nur Vermutungen. Trotzdem kann man davon ausgehen, wenn der Flugzeughersteller der Fluggesellschaft dann diese finale Überweisung immer und immer wieder erlässt, dann kommt man da schnell auf einige hundert Millionen Dollar und kann so das Entschädigungsthema ganz gut regeln. Und alles andere, was dann eventuell noch offen ist, das wird man über Rabatte für zukünftige Bestellungen klären. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz gut für Boeing, auf der anderen Seite aber auch schön für die Fluggesellschaft, denn ganz egal, ob das jetzt die 737 ist, die man da kauft oder andere Modelle von Boeing, man hat natürlich eine fantastische Verhandlungsposition für die nächsten Jahre, wenn man ein treuer Boeing-Kunde bleibt. Das gilt natürlich auch für viele andere Fluggesellschaften und das ist sicherlich ein nicht zu verachtender Punkt und eben ein ganz guter Grund dafür, trotz der 737 Max-Krise in Anführungszeichen, jetzt eben nicht zu einem anderen Flugzeughersteller zu wechseln. Für die Fluggesellschaften kann das, denke ich mal, durchaus ein jahrelanges Einsparpotenzial bei Boeing bedeuten und für den Flugzeughersteller selbst bedeutet das, dass diese ganze 737 Max-Geschichte auch noch in einigen Jahren definitiv Auswirkungen auf die Gewinne des Unternehmens haben wird. Aber lieber so, als dass man Kunden verlieren könnte. Irgendwo haben dann ja aber auch noch die Passagiere ein Wort mitzureden, denn zusammen mit der Besatzung sind es letztendlich die Gäste der Fluggesellschaft, die mit diesem Flugzeug in die Luft gehen sollen und müssen. Da wird ja ebenfalls schon seit Monaten ganz wild darüber diskutiert, wie man jetzt mit dieser Frage umgeht, wie man mit dem Thema 737 Max gegenüber den Passagieren umgeht und die meisten von euch haben da, glaube ich, eine mittlerweile recht gefestigte Meinung zu. Viele von euch haben die Meinung dazu auch schon in den Kommentaren dagelassen. Vielen lieben Dank dafür. Aber jetzt ist es natürlich sehr interessant, wie die Fluggesellschaften selbst nach außen hin mit dieser Frage umgehen. Gerade die amerikanischen Fluggesellschaften, allen voran United Airlines, die haben ja schon vor Wochen gesagt, dass sie mit dem ganzen Thema 737 Max gegenüber ihren Passagieren sehr transparent und offen umgehen möchten. So soll zum Beispiel jeder Passagier ganz einfach und ohne irgendwelche Verstecke und so weiter die Möglichkeit bekommen, bei der Flugbuchung zu erfahren, ob er mit einer 737 Max fliegen wird oder eben nicht. Also das heißt ganz einfach, bei der Flugbuchung wird der Flugzeugtyp noch mal sehr viel prominenter angezeigt, als das jetzt schon bei anderen Portalen oder als das generell der Fall ist, wenn man einen Flug im Internet bucht. Eventuell, allerdings kommt das dann wirklich auf die Fluggesellschaft drauf an, gibt man den Passagieren sogar eine kostenlose Möglichkeit zum Umbuchen. Zumindest in den ersten Wochen nach Inbetriebnahme, nach wieder Inbetriebnahme der Boeing 737 Max. Ich denke allerdings nicht, dass man das Ganze langfristig durchziehen wird. Das wird dann, glaube ich, sehr kompliziert und teilweise bestimmt auch ganz ordentlich teuer. Aber es ist zumindest im Gespräch. Mal schauen, was daraus gemacht wird. Auf der anderen Seite gibt es dann jetzt Ryanair. Nachdem die Fluggesellschaft ja schon vor einiger Zeit mit einer etwas untypischen Bezeichnung auf den Rümpfen ihrer neuen Flugzeuge auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich meine, da steht Boeing 737 8200 drauf, was nicht mal annähernd eine vernünftige Typenbezeichnung dafür ist, sondern halt eine Mischung zwischen 737 Max 8 und 737 Max 200. Das ist diese spezielle Low-Cost-Version für Ryanair. Und nur halt eben ohne das Max. Dazu sagte man eben in der letzten Woche mehr oder weniger offen, dass man den Passagieren bei der Flugbuchung im Internet natürlich keine Option geben wird, zu sehen, ob man da jetzt mit einer Boeing 737 Max oder mit einer, in Anführungszeichen, ganz normalen 737 fliegen wird. Das Ganze jetzt aus zwei Gründen. Zum einen, nach Ansicht von Michael O'Leary zumindest, werden sich die Passagiere nach kürzester Zeit sowieso nicht mehr für das ganze 737 Max Thema interessieren. Die steigen halt in das Flugzeug ein. Die wissen, heute kann man durchaus mit einem Flugzeug sicher von A nach B fliegen. Und dann läuft das schon. War ja bei der 787 ganz genauso. Ich glaube nicht, dass man das so leicht vergleichen kann. Aber okay, vielleicht ist das tatsächlich so. Die Passagiere haben gar kein großes Problem. Damit 737 Max zu fliegen. Der andere Grund, den ich schon deutlich besser nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass eine Fluggesellschaft wie Ryanair von der Option lebt, Flugzeuge auch innerhalb von sehr kurzen Zeiträumen gegeneinander auszutauschen. Also dadurch, dass die Maschinen alle gleich sind, kann man die Flugzeuge eben sehr gut hin und her schieben. Man braucht keinen bestimmten Flugzeugtypen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, sondern man kann so, wie es gerade in der täglichen Operation passt, die Maschinen einsetzen, wo sie halt gerade sind. Mit der 737 Max wird sich das allerdings auch bei Ryanair ändern, denn diese hat eine etwas andere Kapazität als die Flugzeuge, die jetzt bei Ryanair unterwegs sind, also als die 737 800. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Max eben auch bei Ryanair erst einmal auf bestimmten Strecken, ja zumindest favorisiert, eingesetzt werden soll, so dass man das eventuell doch schon in der Planung vorher wissen kann, wann, wo, wie eine 737 Max fliegen soll. Währenddessen hat das ganze Thema Wiederzulassung der Boeing 737 Max so ein bisschen Berliner Flughafenscham bekommen, denn Boeing ging ja zuletzt von einer, ja zumindest Wiederzulassung des Flugzeuges in diesem Dezember aus, also noch im Jahr 2019. Die FAA hat jetzt allerdings letzten Mittwoch, also gerade vor ein paar Tagen mit klaren Aussagen, jegliche Hoffnung darauf genommen. Vor 2020 wird das selbstverständlich nichts mehr und höchstwahrscheinlich klappt das auch nicht vor Ende Februar, aber das wird man dann halt einfach sehen. Wie gesagt, so ein bisschen Berliner Flughafenscham, keiner weiß so recht, wann das Ding wieder zugelassen wird. Aber gut, die meisten Fluggesellschaften haben die Boeing 737 Max tatsächlich schon bis April aus den Flugplänen gestrichen und werden bis dahin auch nicht mehr mit diesem Flugzeug planen, was auch durchaus nachvollziehbar ist. Hier gibt uns Southwest Airlines wieder einen kleinen, aber interessanten Einblick. 34 Flugzeuge stehen vom Typ 737 Max bei Southwest Airlines zum aktuellen Zeitpunkt am Boden. 41 Flugzeuge sind es, die gerade bei Boeing vorproduziert, für die Fluggesellschaft geparkt sind. Also kommt man da mittlerweile auf 75 Maschinen, die man dann bei dieser Fluggesellschaft ab Februar, März, April, wann auch immer das dann passiert, eigentlich wieder in den Betrieb schieben könnte. Allerdings muss bis dahin ja auch ein bisschen was gemacht werden. Und zwar muss nach Wiederzulassung der Maschine ja auch erst einmal ein entsprechendes Update für die Software der Flugzeuge auf die ganzen Maschinen aufgespielt werden. Dann muss in Schriftform verfasst ja auch ein Update für die ganzen Handbücher durchgeführt werden. Das wiederum muss auch von der FAA beziehungsweise den entsprechenden Behörden zugelassen werden. Und Southwest Airlines sagt, dass man alle über 9000 Piloten bei dieser Fluggesellschaft entsprechend trainieren wird, so wie das dann gefordert wird, bevor man die erste 737 MAX wieder mit Passagieren in die Luft schickt. Und das wird definitiv auch mit allergrößten Anstrengungen nicht in unter einem Monat zu machen sein. Also da geht auch noch mal ein bisschen Zeit ins Land. Boeing denkt währenddessen wohl intern ziemlich klar über einen Produktionsstopp der Boeing 737 MAX nach. Diese gesamte Kette aus Zulieferern, aus Mitarbeitern für die 737 MAX zu stoppen, ist dabei sicherlich leichter gesagt als getan. Aber jetzt noch einmal hunderte Exemplare des Flugzeugtypen vorzuproduzieren und zu parken, ist aus vielerlei Hinsicht eben auch nur bedingt sinnvoll, sodass man über einen Produktionsstopp als Möglichkeit definitiv nachdenken muss. Ihr seht also, in dem ganzen Thema ist echt noch eine ganze Menge Bewegung drin. Da wird jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wirklich, wirklich was passieren. Wir dürfen also gespannt sein und damit soll es das für heute auch gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Großes Dankeschön geht raus an alle neuen Kanalmitglieder. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.